So, guten Morgen, wir kommen zurück zu, ähm, Wosaken. Und ihr habt jetzt kurz schwarz gesehen, weil... Ich weiß nicht warum, vergesst es, vergesst es einfach. So, wir spielen heute mal auf Silber, mal wieder, und es zollt, es ist flüssig laufen. In der Testaufnahme lief es flüssig. Es wird nicht flüssig laufen. Weil das Spiel mich hasst. Es hasst mich einfach. Also in der Testaufnahme lief eben alles flüssig. Das heißt, jetzt wird es gleich ruckeln wie Sau. Ich kann das Ruckeln schon spüren. Könnt ihr das auch spüren? Ach ja. Jetzt ist es zu zweit. Ach, richtig, die Musik. Die muss sich erinnern. Weil sonst wird das ja nichts, was wurde ich denn da? Dumme Dinge tue ich da. Ich würde jetzt hier gerne mal rausfliegen dürfen. Danke. Kackspiel. Hier. Schenke ich dir. Gut, das Ruckelweg ist nicht mehr ganz so stark wie... ...bem letzten Mal. Das war ja echt schlimm, weil... ...was weiß ich warum. ...fünf Euro für den, der ein ordentlicher N64 im Radio programmiert. Oh! Was? Wie habe ich das jetzt überlebt? Nein, ernsthaft? Wie habe ich das jetzt überlebt? Ich habe so gut wie keinen Schaden genommen. Wie habe ich das denn gemacht? Cheats. Viele Cheats. Dann kann es sein, dass man schneller fährt, wenn man auf dem Boden entlang rutscht irgendwie. Manchmal hat man da so Beschleunigungen drin, das ist kein Ruckeln. Oder langsam, ich weiß nicht. So, wie sieht es denn jetzt mal aus? Wo ist denn der jetzt hin? Das läuft flüssig, sieht flüssig aus. Simuliert bestimmt nur. Da ist mal eine Quantum-Mina. Da bohre ich nach Quantum. Ah, zum Abbau. Das verbrenne ich dann in meinem Quantum-Ofen. Was gibt es jetzt hier? Nein, das will ich nicht. Du willst den harten Weg, ne? Hier, guck mal. Die trifft dich jetzt nicht wahrscheinlich. Doch, tut sie. Ja, ich bin gut. Ich schaffe Silber. Und fräck dann bald. Machen wir erst mal Silber, bis wir Gold schaffen. Dann kann ich natürlich späteren Level-Loving üben, die ich. Was kam überhaupt nach dem vorherding noch? Ich habe auch das vorherding beim... Ah, nicht das vorherding beim letzten Mal geschafft. Nee. Ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann... Sch... Sieht aber noch gut aus. Wo war ein Stress? Hier und hier und da. Und das dann nehme ich auch noch mit und dann... Oh, ich habe die andere Waffe. Aber ich habe die Musik schon wieder nicht umgestellt, weil... Soll ich denn mit Waffenenergie, die brauche ich noch gar nicht. Och nee, der scheißt schon wieder. Ich hasse ihn. Wieder mal raus. Danke. Och, das ist schrecklich. Schrecklich, sage ich euch. Gar fürchterlich. Nein, kommt keiner hinterher. Okay. Stimmen wir uns vorsichtig. Und nehmen wir lieber das da mit. So, wirst du... Ah, geht's noch? Warte, sehe ich das Selbstzahler? Wieso war denn der so tot? Wo ist meine Pine Mine? Kannst du mal. Wollte ich jetzt nicht, aber okay. Ich weiß halt nicht, mit was der so bewaffnet ist. Hier fehlt nämlich ein Titan. Das wäre mir nicht gefallen. Oh, ach, richtig. Hat er noch Skitter ausgerüstet. Hallo. Noch mehr Solaris? Jawohl. Gut. Es läuft flüssig. Es ist nur Silber. Es ruckelt so ein bisschen, wenn man Wände entlang fliegt. Ist das im Original auch so, oder? Oh Gott. Ich darf hier nicht mehr wegfliegen. Ich darf hier nie wieder wegfliegen. Ich könnte eine Titan verschießen und dann die zweite mitnehmen. Oh Gott. Sie hat überlebt und die andere Zitan mitgenommen. Das heißt Titan. Nein, das heißt Zitan. Was ich für den Spiel keinen Scheiß erzählen. Ich weiß es besser. Ah, fuck it. Oh. Lief genau wie geplant. Genauso nicht anders wollte ich das tun. Ich hatte keineswegs die Absicht, mit der Scatter C zu treffen. Oder S. Oder was auch immer es ist. Keine Ahnung. Wird nicht erklärt. Spiel die PC-Version. Guckt euch mein Let's Play davon an, wenn ihr wisst, wo du uns... Nein, nein, guckt es euch nicht an. Lasst das. Das ist... Trauenhaft. Nein, das soll ich auch nicht neu aufnehmen am... Pyrolight, Pyrolight. Die spawnen doch schon mit Schildenwaffen, oder? Hier, schränke ich dir. Deswegen bräuchte ich Detonationszünder. Ich habe nichts getroffen, Nato. Ja, wie viel Schild liegt denn jetzt hier rum? Vielleicht brauchen wir uns da. Ist da kein Star? Hier. Vielleicht darf ich damit ja besser... Ja, das sieht doch ein Freundlicher aus. Das sieht schon freundlicher aus. Ich nehme mir noch einen Pot mit. Ziehe mir noch einen ordentlichen Pot durch und dann... ...dann... ...draue mich davon, das hier zu schaffen, endlich mal. Und die Musik ist echt... ...laut, danke. Und da ist alles weg, was ich hatte. Ach, Trosche. Ach, Trosche. Das sah aus wie ein Sussgang. Ach, das sah aus wie ein Sussgang. Ach, da bist du ja auch auf Port. Die nehme ich mal lieber, ja? Ähm. Wo ist denn der? Wo ist er? Dann kann ich mir sagen, ich sehe ja mal nichts. Sehen ist überbewertet. Weil soll ich mal ohne Brille spielen? Kommt bestimmt gut. Ich schieße nur zwei Meter in die falsche Richtung. Und 180 Grad. Hey, kommst du mal her? Leider kam mir das auch nicht so gut. Aber hey, darum geht's nicht. Das ist hier nicht der Punkt. Ist hier irgendwo noch Schild? Ja, war noch Schild, aber ich hab's nicht bekommen. Scheint flüssig zu laufen. Hey, ich hab's hinbekommen. Nein. Ruckel, ruckel, ruckel. Nein. Ich hasse es. Ich bin in der Eisenbahn, was? Jetzt bin ich völlig falsch abgebogen. Und dabei fliege ich doch nur im Kreis. Wieso konnte ich die Titanis nicht aufsammeln? Voll der Bug. Nein, ernsthaft? Es war voll der Bug. Ich konnte die Titanis, die auf mich zugeflogen kamen, gar nicht aufsammeln. Tolles Kack verpackte Drecksspiel. Sollten sie mal fixen. Ich verlange ein Patch. Weil M60 war so bekannt dafür, dass es regelmäßig Patches gab. Draußen hat immer das von mir. Von wo? Von wo? Von wo? Nach wo? Guck mal her, du Pisser. Wie kommst du mir nicht? Ich könnte Nitro benutzen. Ähm, dann kommt mir. Zünde mal das Nitro. Die nehm ich mal mit, ja? Und das Zahn-Ding nehm ich auch mal mit. Und, äh... Er ist weg. Scheiße. Scheiße. Pein war die Gute, ne? Ja. Die auch was getaucht hat. Getaucht. Sie hat getaucht. Dabei ist hier nicht mehr Wasser. Der Wahnsinn. Rauchen ohne Wasser? Kann auch nicht gehören. Ich weiß auch nicht, was mit der jetzt Schwerflinge zusammenbricht. Das, was ich labere, gibt's eh selten. So. Ach nee, das war ich. Ich hatte ja noch Tarnung. Richtig. Hab ich ganz vergesst, dann... Wow! Ich dachte, der käme jetzt vielleicht nochmal zurück und... liegt sich mit mir an, aber nö. Ich hasse es. Warum kommt der hier nicht mal her? Ah, der hat Spaß mit meinen... ...Raketen. Fuck. Äh, mit meinen Raketen. Mit meinen Minen. Und der ist schon wieder entkommen. Kommst du jetzt mal her? Was ist ein verficktes Dreck? Ja. Na klar. Komm ich auch. Komm einfach nicht her. Wie soll ich ihn denn denn dann töten? Soll ich, glaube ich, lieber nicht stehen. Können sich langfristig als ungünstiger Nachteil herausstellen. Oh, das gibt's doch einfach nicht. Na, oh, das gibt's doch einfach nicht. Na, weggs hat sich jetzt selbst in die Luft gesprengt. Ich mag den Typen nicht. Kann ich mal jemanden töten? Oh, hab ich schon. Er hat sich selbst getötet. Selbstvorbild einer großen Bombe ist eine Lösung. Klingt jetzt irgendwie falsch. Kommt drauf an, wo ihr die zündet. Selang sie nicht in meiner Nähe ist, ist alles gut. Ich mag aber, dass es wenigstens so ein bisschen Dreck hat, Physik hier hat. Nein, du bist ja, du dummer. Hallo. Machen wir kurz hier durch. Meine Überlegung, ich habe Powerpott. Meine Überlegung, ich habe nur Pulsar. Was haben wir denn da? Drinnen. Hallo. Er hat doch das Schild. Scheiße. Und, boah, der überhobt mich jetzt. Wie kann denn der mich überholt haben? Na, toll. Ich würde sagen, ich habe die Scheiße platziert, aber so gut platziert war die auch noch nicht. Jupp, das war... Ich dachte, das wäre ein Volltreffer in sein Gesicht gewesen. Dachte ich jetzt irgendwie... Willst du bitte mal sterben? Danke. Und hallo. Na, Kleines, bist du öfters hier? Lass uns kuscheln. So, ich habe dir das Schild nicht mitgenommen. Ja, jetzt habe ich es. So. Ich suche, ähm... Eine Titan zum... Abgeben. Da ist noch eine. Ne, ist schlimm. Immer mehr Menschen kaufen sich Titans und setzen sie dann einfach aus. Anstatt sie wechseln, ein Tierheim zu geben. Hier. Scheiße. Er kann sich jetzt die andere... Ach du Scheiße. Ich darf nicht mehr in diesen engen Gängen fliegen. Alter. Wieso spawnen denn da gerade so viel? So, da ich den Powerpot habe, kann ich ja geladen lassen. Ich fliege gerade in enge Gänge mit einer Titan im Anschlag und einem Feind, der möglicherweise sich auch eine Titan geholt hat. Hm, kriegt auch noch eine gute Idee. Das könnte da schon groß falsch gehen. Äh, falsch laufen. Er hat eine Titan. Jep. So, jetzt muss ich loslassen, weil sonst verdere ich Munition. Jetzt ist denn den Scheiß ausgedacht, bitteschön. Wo ist denn der Typ? Ich finde ihn nicht, das macht mir Angst. Ich glaube, entweder ist er in meine Mine geflogen oder er hat sie beschossen mit der Titan. Oder hat die sich selbst mit der Titan beschossen, ich bin mir nicht sicher. Also die Wand vielleicht. Tropenkuscheln mit der Wand. So, Silber ist irgendwie so einfach noch. Nur Bronze war noch leichter. Hallo. Ne, das Spiel hat gerade angefangen. Ich habe schon ausrüsten, du Pisse. Ich nehme mal diese Mine mit. Warum werden die Minen nicht automatisch ausgewählt? Kann mir das nun mal erklären? Und ich habe die Musik. Ich vergesse mir die Musik. Ich bin jetzt noch nicht Musikerfin. Ich bemerke das doch nicht, während ich spiele. Wieso weist mich denn da während ich Spiele niemand drauf hin? Während ich offline spiele und nicht im Inneren verbunden bin, weist mich niemand online darauf hin, dass ich in das Sieg ändern soll. Das geht so einfach nicht, Leute. Das müsst ihr schon tun. Warum fliege ich in enge Gänge, wenn ich jetzt rucket so ein bisschen. Oh, ich muss da mal raus. Und wieder rein. Ich rin das andere Loch. Oh Gott. Andereseits. Incoming, incoming, incoming. Habe ich dich gelegt? Ich habe dich, ich habe ich gelegt. So, jetzt können wir nochmal neu diskutieren. Jetzt wird er abhauen. Ja, wenn ich Argumente gefunden habe, dann sind sie alle weg und wollte ich mit diskutieren. Die heutige Diskussion bekommt man auch keine Gelegenheit, mal irgendwie... Uh, das nehme ich mal mit. So, ich bin getarnt. Ich habe... Fuck. Nein. Ich hasse es. Ich habe Vitro. Habe ich damit raus? Nein, tue ich nicht. Neck mich. Lass mich da raus. So, die Minen habe ich nicht gelegt, ne? Ne, man liegt woanders. Deswegen schießen die auch auf mich. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh, ich hasse dieses Ding. Will ich damit irgendwo drauf schießen? Oh, das gibt es doch nicht. Jetzt sterbt endlich ihr Pisser. Nein. Ihr soll sterben, nicht ich. Ich habe da glaube ich was falsch verstanden. Hören auch nie richtig zu, die Leute. Wahnsinn. Ich fühle mich so, dass ich mal extra Munition brauche. Oh Gott, ist die Musik laut. Was ist denn bei mir so? Na, fick dich doch. Na, muss ich ein bisschen Leiser bei mir machen. Ich schaffe nicht mal Silber, weil ich... ...ständig irgendwelche Dinge hock und 20 Milliarden Titans... ... vorbei haue. Fick dich. Fick dich einfach mal. Steck sie dir in den Arsch und zieh ab. So. Na toll. Jetzt bin ich mit Silber auch nicht viel weiter als mit Gold. Willst du mich verarschen? Das läuft, glaube ich, ja nicht. Das ist der Wahnsinn. Was haben wir da? Lava, die mich erst mal tötet. Ja, fick dich. Ja, fick dich. Guck ich denn hier mal weg? Wenn die euch nicht gegenseitig töten, manchmal machen sie das. Aber ich weiß nicht, ich dachte welchen musste. Wahrscheinlich, wenn ich lang genug nicht da bin, dann... Hab ich gerade eben ein Tarnsystem gehört? Nicht her. Okay. So, schau mal was. Die haben da draußen ihren Spaß, du. Nein, nein, nein. Ich hasse es so sehr. Ah, fick dich doch. Großartig. Das bringt mir auch nix. Mein Laser overheatet immer noch danach. Nein, geh doch da runter! Wieso fliegst du denn da jetzt nicht runter? Verdrücke ich denn runter? Na, komm. Ja, ja. Toll. Komm mit Silber auch nicht weiter als mit Gold. Nein, nein, ich wollte... Ach, ist ja auch egal. Ist eh fast alles dieselbe Scheiße. Nein, nur noch Sinn, nehme ich nicht nochmal. Die ist saulangsam. Äh, sau schnell, aber hält halt echt gar nix aus. Kein Schwein will irgendwie nicht ins Kurs. Laserst du das, was du haben möchtest? Aber betrifft man auch ab und zu was. Okay, ich sehe schon ganz ne Ecke schneller alles. Ja, komm her. Brav. So, wo ist der Brille? Äh, der Brille ist der letzte. Ist Stress, hä? Irgendwann willst du Stress? Irgendwann willst du Stress? Irgendwann willst du Stress, hä? Ich lasse dir deinen Bart, ey. Was zur Hölle sitzt du auf seinem Beifahrersitz? Das ist meine Oma. Ich starb vor 30 Jahren. Aber hey, ich habe sie ausgestopft. Passt schon. Was zur Hölle. Was ist ein verkacktes Problem? Naja, also primär, dass er tot ist. Aber die kommen eh immer wieder. Das sind Klone. Ich muss das Spiel so lange spielen, bis alle Klone tot sind. Ich meine 20.000 Folgen, wo ich immer dieselben kille. So voll psychisch gestört. Bei aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Titan abfeuere. Das könnte negativ enden. Na, das war schon mal ein guter Anfang. Und jetzt holen wir uns noch eine Titan. Kommt ihr? Ja, aber hallo. Guck mal. So, Schluss jetzt. Ich habe einen Roboterarm. Funktioniert auch als Vibrator. Damit hätten wir schon mal ein Viertel abgeschlossen. Also, zwei Achtel wären. Ja. Oder acht Vierunddreißigstel. Äh. Acht Vierunddreißigstel. Vierunddreißigstel. Ach, leck mich. So. Bin ich denn? Da bin ich. Ne? Hier. Schenke ich dir. Ist mir jetzt schon auf den Sack. So, hier. Ähm. Ich war zu weit hinten. Scheiße. Vorbeigesetzt. So ein Breck. Ein dummer Schredder. Weil flog die am Anfang noch so gut. Minimal vorbei. Ich schieße jetzt mit der Turmbomben noch daneben. So ein Mist. Das will ich mal mit, damit es kein anderer hinten nimmt. So. Meilen so platt, aber. Er hat natürlich, wie immer, eine Scatter dabei. Weil die haben immer Scatter dabei. Wo haben die diese Dinger ständig her? Gibt es irgendwo eine Scatter Schwarzmarkt? Hinter einem Klo, was? Hier. Was? Na also. Wollte grad sagen, ich hab den nicht getroffen. Kann gar nicht sein. So. Hä? Wer schießt da auf mich? Ich hab die Explosion gesehen, ja? Oder gefühlt. Das war eine gefühlte Explosion. Das ist wie gefühlte Wahrheit. Hat mit der Realität nichts zu tun, aber das passiert ja niemanden. Das sind noch Minen, ne? Die lege ich doch jetzt hier mal auf. Und dann warte ich doch mal. Ob ein Freund vorbeikommt? Ich hab gar keine Freunde. Wir sollten da vorbeikommen. So ein Unsinn. Hallo mein Freund. Ich hab dich jetzt nicht getroffen, glaub ich. Au. Was hat denn jetzt da ein Kamin auf mich gemacht? Ey, du. Lass du mal stehen. Jetzt bin ich doch mal dran. Bist du. Falsche Richtung. Der Typ ist so... Ich muss ihn zuerst töten. Sagt sich jetzt halt deutlich leichter als es ist, aber hey. Das ist mir vielleicht keine neue Titan.